Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video das Update des 300 Euro Gaming Computers Juli 2014 als CPU der Intel Pentium G3220 mit 2x3,0 GHz. Er hat eine TDP von 65 Watt, eine integrierte Grafikeinheit und er wird in der Boxversion geliefert, das bedeutet ein Kühler ist schon dabei. Er sollte für derzeitige Games ausreichen und man kann ihn später ganz einfach gegen einen i5, Xeon oder i7 aufrüsten. Als Arbeitsspeicher 4 GB Crucial DDR3 1600 CL11, DDR3 1600 und CL11 sind ganz ok und 4 GB reicht derzeit zum flüssigen Spiel noch aus. Den Arbeitsspeicher kann man ganz einfach und günstig aufrüsten, indem man einfach einen zweiten dazu kauft. Damit hätte man dann 8 GB, was fürs erste dann reicht. Und dann als Mainboard das ASRock B85M HDS mit dem Intel B85 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR3 RAM-Bänke, PCI Express 3.0, ein 5.1 Soundchip und am I.O. Panel 2x PS2, VGA, DVI und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors. 4x USB 2, 2x USB 3, eine LAN-Buchse und 3 3,5mm Klinken für den Soundchip. Auf dem Mainboard kann man dank PCI Express 3.0 auch zukünftige Grafikkarten verbauen und dank SATA 6 auch SSDs ohne Geschwindigkeitseinbußen. Als Festplatte die 1 TB Siege Desktop-HDD. Es ist eine über die schnelle Festplatte und 1 TB soll für die meisten unter euch Dicke ausreichen. Als Grafikkarte die 1 GB Sapphire Raiden R7 250X. Die Grafikkarte sollte für alle derzeitigen Spiele auf mindestens Mittel ausreichen. Außerdem kann sie bei Spielen die AMD Mantle unterstützen, den Prozessor stark unter die Arme greifen. Wie zum Beispiel bei Battlefield 4. Außerdem gibt es von AMD noch zwei Spiele gratis dazu. Und als Netzteil das 400 Watt Be Quiet System Power 7. Natürlich, 400 Watt sind für den PC etwas viel, aber auch hier habe ich wieder ans Aufrüsten gedacht. Mit dem Netzteil kann man auch theoretisch ein i7 mit einer GTX 87 Ti betreiben. Und noch als Gehäuse das Airocool VT3X Advanced Black Edition. Es hat schon zwei Lüfter vorinstalliert und leuchtet rot, aber natürlich dürft ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen und auf den jeweiligen Link klicken. Dieser fördert euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.